Brabantias New Icon Treteimer sind in vielen schönen Farben und Größen erhältlich. Dieser 5 Liter Treteimer passt perfekt in das Badezimmer, die Toilette oder das Kinderzimmer. Das Pedal lässt sich leicht bedienen und der geruchsdichte Decke schließt langsam und leiser. Die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel haben ein Farbcode-System. Der Farbcode steht innen in Ihrem Brabantia Abfalleimer, damit Sie immer die richtige Größe wählen können. Verwenden Sie für diesen Abfalleimer die Perfect Fit Brabantia Müllbeutel mit praktischem Zugband in der Größe W. Die Müllbeutel lassen sich einfach unsichtbar anbringen. Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz lässt sich leicht säubern. Der rutschfeste Kunststoffboden bietet höchstmögliche Stabilität und schützt den Fußboden vor Beschädigungen. Dieser New Icon Treteimer hat einen großen Inhalt von 5 Litern. Er hat einen Durchmesser von 20,5 cm und eine Tiefe von 27,2 cm. Bei geschlossenem Deckel ist er 29,1 cm hoch und geöffnet ist er 47,1 cm hoch. Der New Icon Treteimer ist in vielen Farben und Größen erhältlich. Er ist für die tägliche Benutzung entworfen und hat 10 Jahre Brabantia Garantie und Service.